hallo zusammen es geht weiter mit fort mit spaß beim zu sehen wir befinden uns mittlerweile in der dritten woche von hat kapitel 3 saison 2 und es gibt eine neue saison am heutigen donnerstag wir müssen ein emote in einem zehn meter umkreis eines charakters also npcs benutzen tun und munitionskisten bei außenposten durchsuchen schilde bekommen oder erhalten indem wir sofort gegenstände verbrauchen gegner aus mindestens 30 metern schaden mit dem revolver zufügen gegner bei sein absurde synapse station oder daily bagel schaden zu fügen ein fahrzeug mit einem kuhfänger modifizieren und die hoch hinaus hilfe bei chokka speedway und command caben benutzen ich gehe mal stark davon aus dass das diese kanonen sind mit dem man sich hochfeuern kann man ich wüsste nicht was sonst eine hoch hinaus hilfe ist das wird sich dann aber gleich zeigen wenn es nicht die kanonen sind dann sind es die seilbahn die senkrecht nach oben gehen wo man nur hoch oder runterfahren kann wenn der haken der an dem man sich festhalten kann da ist das werde ich testen jetzt tanzen tanz ich komme ich was looten kann wenn er ohne ohne ganz toll das sind sich dann aus dem posten looten ganz toll da ist das ist ja so mal so kam er alter ist das kam er liegt da gedauert herum der der kenne die weg der kenne die weg auch hier ist der jagdmeister selber der hat ja wir werden so kamer der gab wir kriegen so kamer felix geht die augen jetzt eigentlich wieder geht ihr nicht mehr ja die geht wieder auch geht wieder dort was ich ja noch mein gott der jagdmeister selber ja wir mal bitte der früchte nicht ihr tragt mich da an der kann ich ja glaube ich kann keine truppe hier mich einfach hier einfach hier einfach hier jetzt noch schön zwei hoffentlich findet er uns nicht versteckt wir drehen und zum kreis wir drehen und zum kreis sofort die schilder aufladen ja 30 meter revolver brauche ich für die gegnern ist in australischen kuhfänger fahrzeug modifizieren er ist jetzt auch bei box wahrscheinlich nicht weit genug wenn ich mal stark an der stadt auch irgendwas von glaube von 30 meter hat alle geschafft hat hat gereicht der schaden der aktion kuhfänger kommt jetzt ab ans auto kuhfänger dran das zählt jetzt hier ist die erste hoch hinaus jetzt kann es natürlich sein dass die zweite gar nicht zählt sondern in den anderen ort muss das wird sich gleich zeigen na gut oder doch ist auch ein perfekt dann nehme ich doch die aber es sieht so aus jetzt sieht so aus das müsste ich will ja man muss das pro ort machen doch jetzt modifizieren schnell fahrzeug mit dem ding an hier dann auch fertig dann guck ich mal weg jetzt hätte ich bin näher dran zählen auch nicht denn noch so jetzt gut was hat es auch immer funktioniert mit dem emote wo sind die omnis über mir das ist auch so ein gemüse drin ja super da kann ich ein bisschen auffallen erreicht aber nicht hatte was das kokosnuss könnte ich noch mitnehmen und kampf und nachher muss bitte auch mit chips ob es ein gemüse drin kannst du kannst erfahren du kannst jetzt vor mich wollte nur hier ein bisschen alles wird zerstört ist ein tik tok und fake lied ist das ist eine nachmache davon so lefakt ich fahr los perfekt damit wären die saison aufträge der dritten woche abgeschlossen ich sage danke fürs zusehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut tschüss bis zur nächsten folge 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 tschüss bis zur nächsten folge